Hallo, herzlich willkommen bei Emma das Fotostudio. Mein Name ist Christiane Podkova. Ich bin Fotografenmeisterin und arbeite in der fünften Generation als Fotografin. Unser Schwerpunkt ist die Porträtfotografie im Studio- oder Outdoorbereich. Natürlich erhalten Sie bei uns auch Pass- und Bewerbungsfotos. Zu unserem besonderen Service gehört die Bilderwerkstatt. Unser Experte in der Bilderwerkstatt arbeitet kaputte, vergilbte, verknickte Fotos digital auf und verleiht ihren Schätzen so neuen Glanz. Zu unseren Besonderheiten gehört nicht nur die lange Tradition, sondern auch unsere eigene Produktion. Wir fertigen nicht nur für unsere Studiokunden Fotos auf echtem Fotopapier, sondern auch für unsere Kunden, die Bilder von Digitalkameras oder Handys fertigen lassen möchten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Fotografen für Ihr nächstes Fotoshooting sind oder unseren Service für Ihre Fotos nutzen wollen, besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald. Tschüss. !